Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Die Sims 4 Ja, hallöchen, moin moin zusammen Es tut mir leid, Judith Ja, willkommen zurück Ja, die Wehne haben noch gepennt Mann ist jetzt gerade auf dem Weg zur Toilette Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist Na schön, tut mir leid Ja, äh, was stinken Hä? Was macht denn der Müll hier? Ich glaube, wir, ähm Wir können uns gleich mal, äh Eine Promi-Reinigung buchen Ich glaube, das machen wir mal Achso, ich wollte gerade sagen Hä, hat er sich nicht ausgepusht? Äh, ist ja sie Ah, Hygiene, er kann auch gleich Er ist ausgeschlafen, das ist gut Dann kann er gleich mal duschen gehen oder baden Komm, geh mal baden So, Schatzü, was ist mit dir los eigentlich? Weh, du bist ausgeschlafen Was ist da los? Raus aus der Federn Ähm Ja, mal überlegen Was steht an? Was, was können wir machen? Wir sind ein glückliches Pärchen Yay, wir sind verheiratet Ähm Was könnten wir noch für Ziele haben? Wir könnten eventuell Bald Das, na gut, okay Das werde ich aber wahrscheinlich wieder offline machen Das Haus hier weiter ausbauen Ich bin Alles klar, Mann Ähm, ich bin nämlich am überlegen Ob wir hier nicht noch eine Etage tiefer gehen Und, ähm Unten dann so einen richtigen Kinosaal machen, weißt du? Und, äh Ja, ich muss, ich muss mal schauen Hier wäre eigentlich auch schön So ein, so ein Tanzstudio Hier haben wir unseren Videoschnittdingensbereich Wir könnten hier auf der Seite, ähm Was hast du? Achso, Fernsehen Okay, alles klar Oh, Schatzü ist wach Ähm Wir könnten hier zum Beispiel Also hier, jetzt Warte mal, ich mach mal die Wände Äh, wir könnten hier zum Beispiel Eine grüne Wand machen Und dann mit, äh Greenscreen eventuell arbeiten Oder hier so ein kleines Studio auch draus machen Mit richtig Standkammer Warte Warte Ähm, ich kann ja mal gucken Was kostet denn jetzt so eine Standkamera und so? Falls er, oh, was haben wir hier? Haltmodische Kamera, das finde ich gut Eine analoge Ähm Hm, 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 hm Verlieg mal unter Video Ach, Video, ja Es ist schon wieder zu spät, ey Nehme so spät auf Es tut mir leid Immer die gleiche Ausrede, ich weiß Hier, Kamerakran 2000 Alles klar Ein Wagen mit Video Ausrüstung Aber es ist doch hier Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal Haben wir nicht irgendwo die Kameras und so? Warte mal Altmodische Kamera Ich muss da echt nochmal schauen Ich glaube, das mache ich mal offline Wenn, weil, wenn ich da, äh Ja, wenn ich da Ein bisschen mehr Gedanken sammeln kann Am besten an einen Abend oder Nachmittag Wo ich ein bisschen wacher bin Ähm, ja Ne, genau Und dann, äh Habe ich mir gedacht Machen wir das vielleicht mal So Schatzi, du bist auch ein bisschen schmutzig Du kannst duschen Na gut, das geht jetzt wieder Äh Mann, wie sieht's denn bei dir mit Hunger aus? Hunger ist vorhanden Das ist gut Ähm, aber er kann eigentlich mal Eine Promi-Reinigung buchen Wo waren das eigentlich? War das hier auch mit drin? Ja 275 Jahre Komm, machen wir mal Mal gucken, was da Alet gemacht wird Ich bin gespannt Er sucht erstmal Was ist das? Jetzt räum hier bloß nicht auf Sag ich dir Das wird Alet gemacht Ähm Wo geht der hin? Mann Ähm Ähm Mhm, mhm, mhm Alter, wir quatschen Das bringt mich voll durcheinander Ruhe da drüben Ähm Ja Ich weiß nicht Sein Gen Äh, wo ist er denn hingegangen? Äh, hängt das hier mit zusammen? Nein Wir soll eine Aufnahme mit der Drohne machen Wir sollen eine Aufnahme mit der Drohne machen und dann wieder hochladen Aber, äh, wo ist denn jetzt Mande hin? Können wir ihn irgendwie verfolgen? Nein Das ist wirklich eigenartig Gut, okay Vielleicht braucht er einfach mal kurz Ruhe Ich weiß es nicht Ähm, Reste nehmen Das können wir mal machen Weil Schatzhü ist ein bisschen hungrig Und ja, Marco, du hast richtig gehört Schatzhü So heißt die Frau Finde dich damit ab So, ähm Wir könnten auch mal wieder zum Uiuiui Wir könnten auch mal wieder zum Sport Und mit Leuten was trinken gehen und so Ähm Ich verstehe das nur nicht mit der Promi-Reinigung Ach, warte mal Promi-Reinigung Ähm Werden die Promis gewaschen oder Promi-Reinigung buchen Äh Ja, Mande Du solltest mal vorher lesen Äh Und ich denke die ganze Zeit Das hier, das hier eine Wohnungsreinigung Ach, Mande Ähm Ich weiß, du bist verspielt Aber du bist danach wieder schmutzig Wenn du da jetzt hingehst Können wir das irgendwie abbrechen? Diese Nein Ich kann nicht leben Okay, komm mal her Du machst mal ein bisschen Hausarbeit Kleines Ähm Das ist leer Das ist gut Du kannst dann auch gleich mal ein bisschen Live streamen Musst du eigentlich arbeiten Ja, in vier Stunden In so einem Moment spielen abgeschlossen Das ist natürlich sehr gut Sehr verspielt Was ist denn los mit dir? Dann Nimmer Nein, nicht hier hingehen Sondern hier Ähm Stream starten Ja, lass mal alles stehen Alles gut Ähm Und dann Kannst du eigentlich mal wieder ein bisschen Geige spielen Zum Spaß Fiedeln Das Das fände ich ganz gut Gott, ich ärgere mich Ja, nie so lese ich das nicht richtig Jetzt ist meine weg Und ich kann die Stadt brechen Und Ach Ist alles doof Mano Ich spiele uns ein Liedchen Das hast du wunderschön gemacht Lied spielen Achso Ne Ähm Moment Moment Mein Konzert ging Gut Achso Ist hier eigentlich irgendwas Ähm Ich weiß gar nicht Wie lange dauert denn so eine Promi-Reinigung Steht doch nicht da, ne Mann hat Hunger Können wir ihn nicht irgendwie sagen Dass er nach Hause kommen soll Hallo Wenn ich auf ihn klicke Dann kommt das einfach nur Weiß nicht Mann Was ist denn hier Ja Achso Neue Follower Okay Ach nee ey Was machen wir nur Das ist ja zumindest glücklich Das ist ja gut Also gegessen hat er wohl ein bisschen was Das ist gut Dauert denn das so lange Sag mal Komm zurück Judith Oh Angespannt Jetzt Jetzt Achso Ja klar Wegen Weil Schatzi und so Ich bin ja hier schon wieder falsch Achso ja stimmt Welchen Fähigkeitsstand haben wir denn jetzt eigentlich über Geige Bald 9 Okay Wie sieht es mit Klavier aus Schon 8 Okay Batterie vom Auge schwach Das ist natürlich nicht so schön Das sind circa eine Stunde auf Arbeit sein Okay Wie sieht es denn bei dir aus Okay Blase Könnte noch Dann hören wir auf zu friedeln Beende mal den Livestream Ja ne Findest du gut Dann Würde ich sagen Ne Quatsch hier Entschuldigung Gehst du noch mal ganz kurz auf die Toilette Danach Was könnte man machen Man könnte Ah ja 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 Genau Genau Das könnte man eigentlich auch wieder machen Mein 100er Aber es hat keinen Ruhm 1000 hatten Ruhm Dann Soziales Netzwerk Ah hier Aktualisieren Bildteilen Bildteilen können wir machen Bildteilen Aktualisieren Ja Ja es reicht eigentlich Sie muss jetzt sowieso auf Arbeit Oder zur Arbeit Wie auch immer Ich hoffe es ist in Ordnung Wenn ich nebenbei mal immer so ein bisschen was trinke Ich hoffe man hört das nicht Gut Können wir hier eigentlich Oh Nein Ähm Entschuldigung Ich glaube aber Nee Okay Ich glaube das war jetzt kein Unterbrechen So naja Wollte das hier machen Ähm Ich bewege übrigens nicht die Maus Ich habe keine Ahnung was los ist Und auf geht's Was ist mit der Decke los War das schon immer so? Muss das so? So ich guck mal hier ganz kurz Ähm Oh Mann ist wieder da Hallo Konzentriert Yay Ähm Jetzt will ich mal ganz kurz gucken Drei Punkte So ein Mist Ich habe Ähm Manu Ähm Ich glaube das hatten wir Also das hier Das hier Einflussnehmer Ähm Wot hatten wir hier? PR Agentur Komm nehmen wir mal das Ne Einfach mal gucken Ach Gott ey Nee Und ich dachte Das ist einfach nur Äh Hier eine Hausreinigung Ach ja Naja gut Ähm Ach so was lerne ich Ich freue mich schon auf die Kommentare Ähm Gut Dann können wir eigentlich Oh Gott ich 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 Kaum Kaum schwierig mal Ein paar Tage oder eine Woche nicht Habe ich schon wieder alles vergessen So ja Machen wir hier Und dann Äh Da so Ach ja Und du kannst dir mal das Auge nehmen Wo Es auch immer ist Ist es hier unten? Nein Doch da ist es Das können wir mal hier in die Tasche Schmeißen Dann kannst du nämlich Äh Das Auge mal in die In die Nachbarschaft In der Nachbarschaft Ja Fräulein Grusel kann rumkommen Ja Komm rum Ähm Du kannst äh Du kannst äh Für Material in die Nachbarschaft aufnehmen Das kannst du sehr gerne machen So Guten Tag Ja genau Ja genau Da Oh Gott da braucht man noch eine ganze Weile Du kannst auch nebenbei Ah ja okay sie kommt schon Erscheint Wollte gerade sagen Du kannst nebenbei auch mal kurz Hallo sagen Das geht Da ist die Kamera Verdammt jetzt Weiß ich nicht ähm Wattet bei uns ist Ist eigentlich auch Reisevideo ne Lass mal einfach so Man ist Freizeit Ich Ja Keine Ahnung Ich würde da sowieso einfach nur so in Centauri lernen So ähm Streamschatten Auf Videostationen übertragen So Dann musst du das nochmal unterbrechen Okay Auf Videostationen übertragen Dann machen wir das halt so Oh Nein So nicht So Komm mal hierher Ich hab keine Ahnung warum das manchmal nicht so geht Das hattet einfach von oben gleich überträgt Aber jetzt behält das zumindest Alles bei Das ist schon mal gut So Ich glaube es war einfach nur hochladen Hallo Eine weiße Achso ja Eine weiße Ja gut Findest du lustig Moment wir sind noch nicht fertig Videobestand ansehen Ja stimmt wir haben ja noch mehr Reisevideo Reisevideo Video hochladen Und das zweite Video eigentlich auch Das war ja auch mal sein Soweit ich weiß Äh Videobestand Kreisevideo Video hochladen Dann seht ihr mal hier raus aus dem Videobestand Und Zack Weg ist es Dann können wir jetzt mal kurz die Trends untersuchen Ah ok sie guckt hier Einmal nach oben scrollen Ok Einfach spitze Ja super Das freut mich sehr So was ist denn die Trends Technik Haushalts Angeln Ah ok Inspiriertes Vlog Ähm wir könnten Lichter anpassen Diffuses Nachtleben Hellweiß Ok bevor er wieder Durch die ganze Wohnung rennt Und sich was zu essen macht Essen gibt es jetzt nicht Nein äh Kannst du gleich machen aber Ich will mal kurz Warte mal Warte 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 jetzt hier Technik Hausmannskost Hausmannskost wäre eigentlich auch ganz interessant Hm 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 Okay ne warte mal Wir machen mal ein Video Intellektuelles Vlog Ähm Beauty Tipps Ja auch schön Ähm Mode Mode Tipps wäre natürlich auch nice Technische Spielereien Komm Machen wir einfach mal Liegt gerade in den Trends 10 Bar mit So Dad Fräulein Grusel guckt sich Comedy an So wie es aussieht Find ich gut Was achso warte mal warte mal Hat der hier Schatzi ist auf Arbeit Sie kaputt anstatt nie klickt was er machen soll Die letzten Minuten soll sie noch fleißig arbeiten Ähm Mir lässt es mit der Videokamera Keine Ruhe Vielleicht sollte ich einfach mal Videokamera eingehen into Nichts was Mö Was Vielen Dank.